Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen Geschäftspräsentation von Lifefarm Global Network. Ich freue mich darauf, Ihnen heute kurz und knapp das Konzept der Firma vorzustellen und Ihnen zu zeigen, wie Sie ganz einfach von zu Hause davon ebenfalls profitieren können. Ganz kurzer Hinweis vorneweg, diese Präsentation stammt von einem unabhängigen Repräsentanten und nicht von Lifefarm Global Network selber. Fangen wir also an. Was erwartet Sie in den kommenden 35 bis 40 Minuten? Ich werde Ihnen kurz die Firma vorstellen, zeigen, wer der Firmengründer ist und was für eine Vision er für die Zukunft der Firma hat. Danach zeige ich Ihnen genau, welche Produkte wir haben und wie Sie davon profitieren können. Der dritte Punkt wird sein, wie Sie mit dieser Firma Geld verdienen können von zu Hause aus. Danach erkläre ich Ihnen das gesamte Konzept und was Ihre nächsten Schritte sein sollten. Die Firma Lifefarm wurde im Jahr 2001 gegründet. Die Tochterfirma Lifefarm Global Network existiert seit 2011. Beide Firmen sind schuldenfrei und haben die kritische Phase überstanden. Das heißt, die meisten Firmen gehen innerhalb der ersten fünf Jahre pleite. Diese beiden Firmen haben diese Phase schon überstanden und sind schon fest etabliert am Markt. Doch jetzt kommt's. Lifefarm Global Network ist erst seit Oktober 2015 in Europa tätig. Das heißt, es ist ein völlig neuer und frischer Markt. Das Ganze verspricht ein enormes Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren. Hier sehen Sie den Firmengründer Vicky Sojantu mit seiner Frau. Er hat über 30 Jahre Erfahrung in der Nahrungsergänzungsbranche und lebt nach dem Motto, dass die Einstellung im Leben alles verändern kann. Die Vision von Lifefarm Global Network ist klar formuliert und lebt nach dem Motto von euch für euch. Es geht darum, bedeutsame Beziehungen aufzubauen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Die Menschen sollen die Chance auf ein besseres Leben erhalten und die Möglichkeit, ein Stück lebendige Geschichte zu schaffen. Wir wollen den Menschen dabei helfen, die Hilfe benötigen und ihnen einen Weg aufzeigen, durch den sie nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das von zukünftigen Generationen verbessern können. Denn mit Träumen beginnt die Realität. Mit welchem Markt beschäftigt sich Lifefarm Global Network denn? Es geht hierbei ganz grundsätzlich um gesunde Ernährung, Leistungsoptimierung, d.h. erhöhtes Energielevel. Das ist vor allem wichtig für Sportler, die viel machen und stark unter Stress stehen oder aber für die Büroarbeiter beispielsweise, die viel zu wenig machen und einfach mehr Ausgleich brauchen in ihrem Leben. Es geht um die Senkung des Stressspiegels und dadurch beispielsweise Vorteile beim Abnehmen. Es geht auch um die Verbesserung der Vitalität. Es handelt sich hier auch nicht um Anti-Aging. Wir verhindern das Alter nicht. Nein, wir drehen den Spieß um und kümmern uns um Reverse-Aging, denn jeder von uns würde sich gerne jung fühlen und ewig so bleiben. Außerdem behandeln wir hier die Verbesserung der körpereigenen Regeneration. Die Produkte von Lifefarm Global Network sind nichts, was sie so bekommen können. Sie bekommen sie nicht billiger aus der Drogerie oder können sie einfach so aus dem Internet bestellen. Es handelt sich hierbei nicht um typische Produkte. Es ist ein völlig neuer Ansatz mit einzigartigen Erfahrungsberichten und vor allem ist es für jeden Menschen geeignet, egal ob sie jung sind oder alt sind. Reichtum ist viel, Zufriedenheit ist mehr, Gesundheit ist alles. Bereits Hippokrates damals bei den Griechen sagte, die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Inneren eines jeden von uns liegt. Die Produkte, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, behandeln genau dieses Thema der körpereigenen Regeneration. Sie können sie hier gerade im Überblick sehen. Laminin, Omega, Digestiv und Immun. Ich werde Ihnen diese Produkte jetzt im Einzelnen vorstellen. Ein ganz wichtiger rechtlicher Hinweis vorneweg. Diese Produkte dienen der Ernährung und berühren deshalb nicht das Heilmittelwerbegesetz. Alle zu dem Produkt getroffenen Aussagen beschreiben Eigenschaften und physiologische Wirkungen, die bei Konsumenten natürlicherweise unterschiedlich ausfallen können und stellen keine Heil- oder Gesundheitsversprechen dar. Keines der Produkte ist zur Diagnose, Behandlung oder Vermeidung von Krankheiten zu verwenden. Wenn Sie gerade Medikamente nehmen oder in einer Therapie sind, besprechen Sie die Einnahme auf jeden Fall mit Ihrem Arzt oder Therapeuten. Die Informationen sowie die Links sind ausschließlich informativ. Sie dürfen sie nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung benutzen. Vielen Dank für die freundliche Beachtung. Kennen Sie bereits das Geheimnis des Lebens? Warum entwickelt sich der Körper eines Babys so rasant? Wie ist es möglich, dass Kinder so leicht Sprachen lernen können? Wieso wird es im Laufe der Zeit immer schwieriger für uns? Warum sind junge Menschen so voller Energie? Das Geheimnis hierbei ist der sogenannte Fibroplastenwachstumsfaktor 2, kurz abgekürzt FGF2. Das FGF2 kommt bereits im Mutterleib vor. Es wird von uns natürlich produziert und wird im Laufe der Zeit aber immer weniger vom Körper ausgeschüttet. Sie müssen sich das so vorstellen. Das Ganze wird bis zum 23. Lebensjahr natürlich im Körper ausgeschüttet. Danach haben die Zellen ihre Arbeit erledigt und gehen in Rente. Finden Sie nicht auch, dass das etwas gemein ist, weil wir fangen in dem Alter ja gerade erst an zu arbeiten? Ich habe jedoch eine gute Nachricht für Sie. Das FGF2 ist Hauptbestandteil von Laminine. Durch die Einnahme von Laminine erhalten die Stammzellen mit dem FGF2 in Laminine einen neuen Impuls, mit Hilfe von allen gelieferten Bausteinen wieder neue und gesunde Zellen zu produzieren. Diese patentierte Kombination enthält alle 22 essentiellen Aminosäuren, die unser Körper für den Aufbau gesunder Zellen braucht. Damit unterstützt Laminine nicht nur das Reparatursystem unseres Körpers. Nein, es regt es regelrecht an, neue und gesunde Zellen zu produzieren und die alten zu reparieren. Der Körper aktiviert also die Selbstheilungskräfte. Und nichts ist effektiver. Es wird nichts Fremdes von außen hinzugefügt. Der Körper wird lediglich angesprochen, sich wieder an die Arbeit zu machen. Denn wie wir vorhin festgestellt haben, ist 23 ein relativ frühes Alter für die Zellen, um in Rente zu gehen. Eine stabile Gesundheit beginnt mit einem guten Blutkreislauf, welcher eine optimale Blutzufuhr zum Gehirn, den Organen und zum Herzen liefert und eine schnelle Regeneration nach physischer Aktivität liefert. Ohne ein gesundes Herz-Kreislauf-System ist der Körper nicht fähig, Krankheiten zu bekämpfen. Laminine Omega++++ beinhaltet das FGF2 wie in einem normalen Laminine. Es ergänzt sich also und sollte bitte immer als gemeinsames Paar gesehen werden. Ebenfalls enthalten sind ungesättigte Fettsäuren Omega-3, 6 und 9. Diese sind unter anderem als Bestandteil der Zellmembranen zu sehen. Sie sorgen dafür, dass diese durchlässig und flexibel bleiben. Auch das Gehirn besteht zum großen Teil aus Fett. Das Ganze ergänzt sich also zusammen mit dem FGF2 bei der Regeneration der Zellen im Gehirn. Ebenfalls wirken ungesättigte Fettsäuren sehr entzündungslindernd im Körper. Das Kohlenzym Q10. Sie müssen sich das so vorstellen. In unseren Zellen befinden sich kleine Energiekraftwerke, die sogenannten Mitochondrien. Das Kohlenzym Q10 unterstützt den Körper dabei, genügend Energie in den Zellen zu produzieren und hilft dabei, die Zellen zu schützen. Das Vitamin K2, was ebenfalls ein Bestandteil von Omega++++ ist, unterstützt den Transport des Calciums zu den Knochen und Zähnen und zählt als effizientester Schutz gegen die Verhärtung und gegen die Verstopfung der Arterien. Eine der hauptgesundheitsfördernden Teile des menschlichen Körpers ist das Verdauungssystem. Der Vorgang der Verdauung ist wichtig, damit die Nährstoffe aus dem Darm an das Blut weitergeleitet werden können. Die Verdauung wird durch die verschiedenen Enzyme angetrieben. Jetzt ist es jedoch so, dass die natürliche Produktion der Verdauungsenzyme, die für die Nahrungsaufnahme aber essentiell wichtig sind, sich um ca. 10% alle 10 Jahre verringert und das bereits ab dem 20. Lebensjahr. Hier kommt Digestiv++++ ins Spiel. Es besteht aus Probiotik, Präbiotikkomplex und einer vollständigen Enzymformel für einen gesunden Darm und verstärkte Darmaufnahmefähigkeit. Es verbessert das bakterielle Gleichgewicht und neutralisiert Säure im Magen, was zu einer verringerten Blähung im Magen führt. Ebenfalls fördert es die richtige Verdauung der Nahrung und sorgt dafür, dass Ihr Körper wirklich 100% jedes Bestandteil der Nahrung aufnehmen kann. Das Immunsystem ist ein natürlicher Schutz unseres Körpers gegen gefährliche Bakterien, die überall im Umfeld vorhanden sind. Unser Immunsystem ist ein Netzwerk von weißen Blutzellen, die fremde Substanzen erkennen und vernichten, bevor diese ernsthafte Schäden im Körper verursachen können. Sehen Sie es als Ihren eigenen Abwehrmechanismus und dieser ist fundamental wichtig für unsere Gesundheit. Das Immun++ von Lifefarm besteht aus einem Komplex OptiShield, das heißt eine Formel aus gesunden Pilzen, die dem Körper bei der Abwehr von Schadstoffen helfen. Ebenfalls besteht es aus Life-C, das heißt Vitamin C aus natürlicher Quelle, 100% vom Körper verwertbar, nicht wie billige Produkte aus dem Supermarkt. Ebenfalls hinzugefügt sind Pflanzenkomplexe, die dem Körper bei seiner Aufgabe unterstützen. Das Ganze ergibt eine Dreifachschutzformel aus natürlichen Bestandteilen, um wirksam das Immunsystem zu stärken. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich sagen, ja, ja, was habe ich nicht schon alles gehört? Sie können mir hier was vom Pferd erzählen, ich will aber Beweise. Bitte sehr. Laminine ist wissenschaftlich bestätigt. Laminine hat einen Eintrag im PDR 2015 und 2016. Das PDR, das Physicans Desk Reference, ist das große Buch, wo alle Mittel drinstehen, mit denen Ärzte in den USA arbeiten. Es gibt keinen besseren Beweis für die Wirkung der Produkte. Laminine wird nach GMP-Anforderungen hergestellt, das heißt, eine gute Herstellungspraxis ist vorausgesetzt. Es ist kein Chemiecocktail, alles ist rein natürlich. Der Mann auf diesem Foto ist Kevin Sorbo. Er ist ein Hollywood-Schauspieler. Vielleicht erkennen Sie ihn als Herkules, den er in den 90er Jahren gespielt hat. Kevin Sorbo erlitt drei Schlaganfälle und ein Aneurysma. Er hat durch das Laminine wieder Lebensqualität gewonnen und es hat ihm bei der Regeneration geholfen, wieder gesund zu werden. Er sagt selber, dass das Laminine von Lifeharm etwas ist, das ihm selber einen zusätzlichen Funken im Leben entfacht hat. Jetzt ist es natürlich vollkommen egal, ob diese Menschen in Hollywood bekannt sind oder ob es die Bäckerin von nebenan ist. Sie alle haben jedoch eines gemeinsam. Sie benutzen die Produkte und sind überzeugt, dass es ihrer Gesundheit gut tun kann. Und so empfehlen sie die Produkte weiter. Die Lifeharm Global Network Produkte können Ihnen dabei helfen, Stressreaktionen abzumildern, gute Stimmung zu fördern, Anzeichen von physischen und mentalen Stress zu reduzieren. Es kann dabei helfen, einen erholsameren Schlaf zu fördern oder Muskeltonus oder Ihre Kraft zu erhöhen. Es hilft bei der Gehirnfunktion und fördert die Gehirnaktivität und bildet Kollagen für eine gesündere und jüngere Haut. Das ganze allgemeine Wohlbefinden steigert sich. Sie fühlen sich wieder jung, dynamisch und Ihr Körper arbeitet auf Hochtouren, um Sie dabei zu unterstützen. Die Produkthighlights. Die Produkte sind einzigartig und patentiert. Sie sind hochwirksam, erforscht und bestätigt. Sie sind nicht austauschbar und nicht im Preis vergleichbar. Es ersetzt die meisten bisherigen Nahrungsergänzungen auf eine ganz andere Art und ist günstig und einfach einzunehmen. Was ist nun Ihre Aufgabe? Helfen Sie Menschen, gleichzeitig ihre Gesundheit und ihren Wohlstand zu verbessern. Zeigen Sie Ihren Freunden und Bekannten, was alles möglich ist. Ganz wichtig, es handelt sich hier nicht um Verkauf. Wir sind keine Verkäufer. Bitte streichen Sie dieses Wort aus Ihrem Wortschatz, wenn Sie über Lifeharm Global Network reden. Doch dazu gleich mehr. Das Konzept von Lifeharm Global Network und wie Sie davon profitieren können. Haben Sie schon einmal etwas empfohlen? Vielleicht einen Kinofilm, der Ihnen gut gefallen hat? Ein Restaurant, was tolle Speisen hat? Oder ein Fitnessstudio? Was meinen Sie? Wenn Sie Ihren Freunden davon erzählt haben, meinen Sie, diese Freunde haben es auch Ihren weiterempfohlen? Wie viele Menschen könnte so eine Nachricht wohl erreichen? Hier ist unser Geheimnis. Haben Sie schon einmal zwei oder mehr Menschen etwas empfohlen und gegebenenfalls sogar eine Prämie dafür bekommen? Ja? Kennen Sie Menschen, die schon einmal etwas gegen eine Prämie weitervermittelt haben? Bestimmt. Doch. Wie hoch ist heute noch Ihr Einkommen daraus? Wahrscheinlich Null. Das ist der Trick der Unternehmen. Sehen Sie bitte selbst. Das sind Sie und da oben ist ein Unternehmen und von diesem Unternehmen haben Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung ausprobiert. Sie sind begeistert von diesem Produkt oder dieser Dienstleistung und erzählen es Ihrem Freund weiter. Ihr Freund denkt sich, aha, das sieht ganz gut aus. Ich vertraue dir. Ich will das Ganze mal ausprobieren. Er entschließt sich also, das Produkt oder die Dienstleistung auch in Anspruch zu nehmen. Dadurch, dass das Unternehmen jetzt durch Sie einen weiteren Kunden gewonnen hat, werden Sie belohnt mit einem Geschenk. Das geht immer weiter. Jedes Mal, wenn Sie einen neuen Kunden empfehlen, erhalten Sie ein Geschenk. Sehen Sie selbst. Jetzt ist es so, dass Ihre Freunde auch noch Freunde kennen. Und die kennen auch wieder Menschen und die kennen auch wieder Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie die Faustregel schon mal gehört haben, aber man sagt, dass wir im Durchschnitt nur sechs Menschen von jedem Menschen auf der Welt entfernt sind. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihre Freunde empfehlen das Ihren Freunden und so weiter und so weiter. Das heißt, dadurch, dass Sie der Auslöser waren und drei Leuten was davon erzählt haben, hat das Unternehmen in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht 10.000 neue Kunden gewonnen. Kann man ja nicht wissen. Sie waren jetzt der Auslöser. Meinen Sie, das Unternehmen beteiligt Sie an dem Umsatz, den es durch Sie gemacht hat? Vermutlich nicht. Bei uns ist es so, dass diese rote Linie gar nicht existiert. Das heißt, Ihre Freunde empfehlen es Ihren Freunden. Sie sind an derselben Stelle wie Sie. Dadurch, dass Sie aber überhaupt der Auslöser davon waren, dass das Unternehmen neue Kunden bekommen hat, werden Sie immer wieder daran beteiligt, dass Umsatz entsteht in der Organisation. Nach diesem Prinzip funktioniert es bei uns. Sie empfehlen etwas weiter und wenn es weiterempfohlen sind, profitieren Sie immer noch daran, weil Sie letztendlich ja der Auslöser waren. Wie genau wird jetzt hier Geld verdient? Normal, Sie tauschen Zeit gegen Geld. Was heißt das? Sie arbeiten für einen Stundenlohn. Das heißt beispielsweise eine Stunde für 8,50 Euro. Das heißt, Sie verdienen nur Geld, solange Sie effektiv arbeiten gehen. Das nennt man aktives Einkommen. Sie arbeiten zehn Stunden am Tag und haben deshalb 85 Euro verdient. Sie arbeiten und verdienen Geld. Sie verdienen das Geld aber nur, solange Sie auch wirklich arbeiten gehen. Entscheiden Sie sich also dafür, einfach spontan aufzuhören. Verdienen Sie kein Geld mehr. Und jetzt seien Sie mal ehrlich mit Sie selbst. Arbeiten Sie für 8,50 Euro die Stunde oder verkaufen Sie eine Stunde Ihres schon eh viel zu kurzen Lebens für 8,50 Euro. Wie ist es jetzt bei uns? Hier wird einmal eine Tätigkeit ausgeführt und Sie werden immer wieder dafür bezahlt. Das ist wie bei einem Musiker, der einmal ein Lied aufnimmt und immer wieder am Verkauf mitverdient. Ich würde Ihnen das gerne an einem Jahresplanvergleich erklären. Links sehen Sie den traditionellen Weg. Der dauert im Durchschnitt 40 bis 50 Jahre. Es geht hierbei um das klassische Berufsleben. Sie arbeiten nach einem Stundenlohn, haben, wenn es hochkommt, zwei bis vier Wochen Urlaub im Jahr, meistens sogar nicht mehr bezahlt. Hören Sie auf zu arbeiten, verdienen Sie kein Geld mehr. Nehmen wir mal als Beispiel den Paul. Paul macht seinen Uniabschluss. Er fängt bei einem Unternehmen an und klettert die Karriereleiter hoch. Jeden Tag muss er lange arbeiten. Er macht Überstunden und hat keine Zeit mehr für Familie oder Sport. Er muss jedes Wochenende extra Meetings veranstalten, hat extra Projekte. Nach 20 Jahren steht er kurz vor der Beförderung, die er immer haben wollte. Doch dann kommt sein Chef, sein Chef stellt seinen Neffen ein, der frisch die Uni verlassen hat und dieser feuert Paul. Paul hat sein gesamtes Leben geopfert für nichts, für eine Sicherheit, die eigentlich gar keine Sicherheit war. Im Vergleich dazu der Vierjahresplan. Der Vierjahresplan ist nicht traditionell. Die meisten Menschen können sich darunter nichts vorstellen. Vier Jahre arbeiten gehen und das war's, das kann doch gar nicht funktionieren. Nun, hier arbeiten Sie nicht nach einem Stundenlohn, sondern nach Leistung und das Ganze funktioniert durch eine Hebelwirkung. Ihr Einkommen ist nicht linear eingeschränkt, sondern wächst immer mehr an, je mehr Sie arbeiten. Sie entscheiden selber, wann Sie in den Urlaub gehen, weil Sie auch selbst entscheiden, wann Sie arbeiten wollen. Außerdem müssen Sie nur einmal arbeiten und werden immer wieder dafür bezahlt. Joe verlässt die Uni, er nimmt einen normalen Job an und fängt aber mit Network-Marketing an. Er arbeitet jeden Tag nach der Arbeit für ein paar Stunden und nach vier Jahren feuert er seinen Chef und lebt für immer von seinem Network-Marketing-Gehalt. Klingt doch gar nicht so verkehrt. Aus 100 Menschen nach 50 Jahren Arbeit leben 68 weit unter ihrem bisherigen Lebensstandard. 31 Menschen sind bereits verstorben und nur ein einziger ist wohlhabend. Das heißt, 68 Menschen sind auf ihre Kinder angewiesen. Sie haben kein Geld mehr, um sich den Lebensstandard zu leisten, den sie vorher im Arbeitsleben hatten. Sie sind hoch verschuldet und haben wahrscheinlich keine 5000 Euro zur Seite gelebt. Wollen Sie auf Ihre Kinder angewiesen sein oder wollen Sie als Beispiel vorangehen? Wollen Sie Ihr Leben in die Hand nehmen? Treffen Sie heute die Entscheidung. Kümmern Sie sich um Ihre eigene Vorsorge. Hinterlassen Sie ein Vermächtnis und Wohlstand. Helfen Sie Ihren Freunden und Bekannten dabei, die Altersarmut zu überwinden. Sie haben es verdient, glücklich und gesund das Arbeitsleben zu verlassen. Ihre Vorteile, wenn Sie sich dazu entscheiden, Partner bei Lifeharm Global Network zu werden. Sie haben keine Einkommensbegrenzung. Es hält Sie niemand davon ab, 30, 40 oder 50.000 Euro im Monat zu verdienen. Ihr Verdienst ist leistungsorientiert. Sie müssen keine Stunden mehr abackern, um einen bestimmten Mindestsatz zu bekommen, sondern können immer mehr verdienen, je mehr Sie erbringen an Leistung. Arbeiten Sie wann, wo und mit wem Sie wollen. Seien Sie Ihr eigener Chef. Schaffen Sie etwas von Bedeutung. Sie haben nur ein minimales Risiko und geben Sie etwas zurück und helfen Sie anderen dabei, diesen Weg mit Ihnen gemeinsam zu gehen. Hier ein passendes Zitat von Jean-Jacques Rousseau. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Ich habe mich selber gefragt, was Menschen von diesem Thema halten, die selber aber nichts damit zu tun haben. Ich habe mich also auf die Suche gemacht und bin auf diese zwei sehr tollen Zitate gestoßen. Das erste Zitat ist von Warren Buffett. Er ist ein milliardenschwerer Investor. Vielleicht haben Sie schon mal von ihm gehört. Er selber sagt, dass die Investition in ein Network-Marketing-Unternehmen die beste war, die er je getätigt hat. Darunter sehen Sie ein Zitat von Bill Gates. Bill Gates ist der reichste Mann der Welt und der Gründer von Microsoft. Er selber sagt, wenn er die Chance bekommen würde, wieder von vorne anzufangen, dann würde er Network-Marketing wählen. Sie sehen, selbst Menschen, die schon alles erreicht haben, was man eigentlich erreichen kann, finanziell gesehen, würden sich Network-Marketing anvertrauen, wenn es so weit kommen müsste. Ich habe für Sie extra Verkaufszahlen aus dem Jahre 2013 zusammengesucht. Sie sehen hier, die Musikbranche hat im Jahre 2013 15 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, die Videospielbranche 76 Milliarden Dollar, die Filmbranche 88 Milliarden Dollar. Und was ist das? Network-Marketing mit allen Firmen zusammen hat über 178 Milliarden Dollar eingespielt. Und davon sind 71 Milliarden Dollar nur für die Vertriebspartner ausgezahlt worden. Das sind 40 Prozent. Überlegen Sie sich mal, das sind 200 Millionen Dollar pro Tag für Menschen, die Produkte weiterempfehlen. Nur weiterempfehlen. Das ist Ihre Chance, ganz vorne dabei zu sein in Europa. Es gibt Länder mit gerade mal einer Handvoll Partnern, die anfangen, das Produkt weiter zu empfehlen. Sie haben den Erfolg verdient. Sie können anderen Menschen dabei helfen, ebenfalls erfolgreich zu sein und nebenbei noch an ihren Finanzen arbeiten. Bei Lifefarm Global Network gibt es unterschiedliche Provisions- und Einkommensarten. Insgesamt gibt es neun Stück. Das Ganze wäre zu ausführlich zu erklären in diesem Video. Das heißt, wenn Sie genau wissen wollen, was Sie worauf bekommen, bitte fragen Sie die Person, die Ihnen dieses Video geschickt hat. Oder wenn Sie das Video durch Zufall gefunden haben, zögern Sie nicht, mir eine E-Mail zu schreiben. Der Verdienstplan ganz kurz angeschnitten. Als allererstes gibt es den Matrix-Bonus. Der Matrix-Bonus, ich nenne ihn auch Team-Bonus. Sie erhalten diesen Bonus ab dem Rang Partner. Das heißt, Sie haben zwei eigene Partner zum Unternehmen gebracht. Dann sind Sie dafür qualifiziert. Sie erhalten zwei bis vier Prozent vom Umsatz des gesamten Teams. Es geht nichts verloren. Jeden Freitag wird diese Provision auf Ihr Guthabenkonto gutgeschrieben. Das heißt, es gibt jeden Freitag Geld. Das Wochenende ist gesichert. Ebenfalls dazu gibt es noch den Coded-Bonus. Den Coded-Bonus erhalten Sie ab dem dritten selbst gesponsorten Partner. Daraufhin erhalten Sie zusätzlich zwei bis zehn Prozent extra. Nochmal obendrauf auf die zwei bis vier Prozent. Zusätzlich dazu gibt es noch einen sogenannten Coded-Match von 15 bis 20 Prozent auf den Coded-Bonus Ihrer Partner. Das Ganze wird wieder jeden Freitag auf Ihr Guthabenkonto gutgeschrieben. Ich habe das Ganze für Sie mal beispielhaft hier aufgeführt. In diesem Beispiel haben Sie einmal zwei Personen das Laminine-Activation-Pack mit drei Dosen Laminine empfohlen. Diese beiden empfehlen das auch zwei Leuten und diese empfehlen das auch zwei Leuten und das jeden Monat. Die monatliche Bestellung in diesem Beispiel beträgt gerade mal eine einzige Dose pro Partner. Sie können sehen, dass in den Anfangszeiten nicht so viel passiert. Doch im Laufe der Zeit erfahren Sie ein exponentielles Wachstum und Ihr Einkommen wächst immer und immer mehr an. Bis Sie in einem der späteren Monate tatsächlich sogar schon einen Bonusrang erreicht haben. Sehen Sie die 1.075 Euro. Sie haben einmalig zwei Personen das Unternehmen empfohlen und erhalten nach einigen Monaten 1.000 Dollar Cash-Bonus zusätzlich zu Ihrem monatlichen Einkommen und ein handgefertigtes Lederportfolio nur für Sie. Der Bonus danach. Sie erhalten 3.000 Dollar Bonus zusätzlich und ein MacBook, einen eigenen Fernseher und eine fünftägige Kreuzfahrt und daraufhin ein Auto in Wert von 17.000 Dollar. Das alles dafür, dass Sie zwei Menschen das Ganze empfohlen haben. Jetzt ist es aber so, dass wir bemerkt haben, dass das alles gar nicht stimmt. Es wird nämlich viel mehr bestellt von den Leuten. In diesem Beispiel haben Sie wieder einmal zwei Menschen das Unternehmen empfohlen, dieses Mal zum Einstieg aber mit zehn Dosen pro Partner. Diese Partner empfehlen das Ganze auch nur zwei Partner, dieses Mal aber mit einer monatlichen Bestellung von drei Dosen pro Kopf, nicht eine. Sie sehen, das Einkommen wächst viel, viel, viel schneller und viel, viel höher an und die Boni erhalten Sie auch früher, weil der gesamte Umsatz einfach früher erreicht wird. Das Problem ist, viele hören auf nach den ersten Wochen, weil sie sehen, okay, vier Wochen sind vergangen, ich bin kein Millionär, das Ganze muss Betrug sein, was absoluter Humbug ist. Die Kunst liegt darin, lange genug dabei zu sein, um zu sehen, dass das exponentielle Wachstum einfach immer mehr steigt. Wenn Sie sich dazu entscheiden, früh aufzuhören und zu sagen, nee, das lohnt sich nicht, das Team wächst trotzdem weiter ohne Sie. Den Bonus kriegt dann halt irgendjemand anderes. So, und was ist, wenn Sie statt zwei Partnern drei Partner sponsoren? Ich möchte Sie daran erinnern, der Coded Bonus kommt dazu. Das heißt, Sie haben drei Partner gesponsort, diese ebenfalls drei. Jeder bestellt drei Dosen pro Monat. Bitte schauen Sie sich die Zahlen an und entscheiden Sie selber darüber. Sie können auch links sehen, dass jede Menge neue Einkommensarten dazugekommen sind. Der Coded Bonus, der Leadership Bonus, der Global Pool und die Spezialboni. Das alles läuft im zwölften Monat darauf hinaus, dass Sie 14.000 Euro nebenbei verdient haben, weil Sie drei Personen etwas empfohlen haben, was Ihnen persönlich gut getan hat. Überlegen Sie sich doch mal. Einfacher geht es doch wirklich nicht, nebenbei etwas aufzubauen. Wie genau funktioniert jetzt diese Hebelwirkung? Was ist das Geheimnis dieses rapiden Wachstums nach einiger Zeit? Das nennen wir in unserer Geschäftsart Duplikation oder Vervielfachung unserer Arbeit. Jeder von uns hat gute Freunde, die uns am Herzen liegen. Wir wollen, dass es unseren Freunden und Bekannten gut geht. Gehen wir mal davon aus, dass Sie fünf gute Freunde kennen. Sie empfehlen fünf Freunden diese Produkte. Jeder bestellt für 26 Euro im Monat. Ihre Provision beläuft dabei auf ca. 15% jeden Monat. Monat 1. Sie haben fünf Leuten das Ganze empfohlen. Es entsteht ein Umsatz von 130 Euro und Sie erhalten ca. 20 Euro Provision darauf. Das ist nicht viel. Im zweiten Monat ist der Umsatz bereits auf 780 Euro angestiegen. Im dritten bereits auf 4.000 Euro und Sie erhalten davon 600 Euro. Und Sie müssen nichts mehr dafür tun. Sie haben Ihre fünf gefunden. Ein Sprung in den fünften Monat. 100.000 Euro Umsatz und Ihr Verdienst 15.300 Euro. Sie haben aber nur fünf Leuten etwas empfohlen. Wir reden hier von exponentiellem Wachstum. Wenn es doch nur so einfach wäre. Es wäre verrückt anzunehmen, dass das Ganze so einfach funktioniert. Der Schwund ist wie in allen Branchen ein bedeutender Faktor im Network Marketing. Ich möchte Ihnen jetzt hier nichts Falsches erzählen. Man kann nicht erwarten, alle Partner zu halten. In Wirklichkeit kann man von einer Ausfallquote von 75% ausgehen, weil die Partner entweder zu früh aufgeben oder Sie das System einfach nicht vervielfältigen. 75% sind wieder draußen. Sie verdenken sich jetzt bestimmt, oh Gott, warum muss ich das denn dann machen? Das bringt doch überhaupt nichts. Schauen Sie bitte selber. Von den 4.000 Partnern, die Sie in dem Team haben nach fünf Monaten, geben 75% auf. Es bleiben 1.000 Leute übrig. Die bestellen für 26 Euro im Monat, was ein sehr geringer Umsatz ist, nur so nebenbei gemerkt. Das heißt 26.000 Euro Umsatz mal 15% Provision. Macht immer noch fast 4.000 Euro pro Monat, jeden Monat, ohne dass Sie etwas dafür machen müssen, weil Sie haben Ihre fünf gefunden. Zusätzlich haben Sie den Bonusrang Silberdirektor erreicht, weil Sie über 10.000 Euro Umsatz pro Monat gemacht haben. Dieses Beispiel zeigt einfach, dass Sie selbst mit realistischen Zahlen Spitzenverdienste erreichen können. Sie können mit nur fünf Mitarbeitern, nachdem Sie drei Viertel Ihres Teams verloren haben, und jeder nur geringe Einzelumsätze erzielt, im fünften Monat bereits ein beträchtliches Einkommen generieren. Doch das ist immer noch nicht alles. Sehen Sie die Person da oben. Das bin ich. Ich erkläre Ihnen in diesem Video, worum es geht und Sie haben das Potenzial erkannt. Sie haben die Schnauze voll von Ihrem normalen Leben oder Sie wollen einfach gerne etwas mehr Geld zur Verfügung haben, um mal wieder in Urlaub gehen zu können. Sie haben sich also dazu entschieden, mich zu kontaktieren und gemeinsam helfe ich Ihnen dabei, einzusteigen und ein Team aus Ihren Freunden aufzubauen. Diese empfehlen das ebenfalls weiter. Super. Jetzt habe ich jedoch eine weitere Partnerin, die sich dafür interessiert und gerne einsteigen würde. Doch der Platz unter mir ist schon weg. Da sind ja Sie und darunter sind Ihre Freunde. Das heißt, die einzige Stelle, an der ich die Person jetzt noch platzieren kann, wäre unter Ihren Freund. Ja, genau. Ich muss diese Person also in Ihr Team rein platzieren. Was meinen Sie? Wer verdient da jetzt dran? Selbstverständlich ich, weil ich bin oben. Nein, absoluter Schwachsinn. Das Geld verteilt sich in der gesamten Organisation. Sie erhalten was und Ihr Freund erhält was. Das ist der sogenannte Matrix-Bonus, den ich Ihnen vorhin erwähnt habe. Sie verdienen an allen Menschen in Ihrer Organisation. Egal, ob Sie selber diese Person gesponsert haben, diese Person durch Ihre Freunde reingekommen ist oder eine völlig fremde Person Ihnen den ganzen runtersponsort. Man nennt das Ganze auch Spillover oder Liebe von oben. Sie alle profitieren also davon, dass jeder in Ihrem Team Arbeit macht. Das ist schön. Die Partner erfreuen sich, es entsteht Dynamik und die Motivation entwickelt, sich weiterzumachen. Zwei Partner sind der Start, um bei Lifefarm Global Network zu verdienen. Zwei Partner reichen, um über sieben Ebenen im Team zu verdienen. Zwei Partner können reichen, um Sonderboni zu erreichen. Zwei Partner können ebenfalls reichen, um einen Umsatz von über 20.000 Euro aufzubauen und nochmal 5% extra Bonus zu bekommen. Hier sehen Sie noch die zusätzlichen Prämien, die Lifefarm Ihnen bietet, wenn Sie gute Arbeit leisten. Links sehen Sie den Namen, daneben die Anforderungen des Umsatzes, den Sie im Monat erreichen müssen und dann, was Sie dafür bekommen. Nehmen wir mal als Beispiel den Golddirektor. Sie machen monatlich 50.000 Euro Umsatz. Dafür erhalten Sie als Belohnung 3.000 Dollar Cash, einen Computer, einen Fernseher und eine fünftägige Schiffsreise geschenkt. Einfach so, weil Sie dem Unternehmen geholfen haben, zu wachsen und die Nachricht der Produkte weiter erzählen. Jetzt fragen Sie sich sicher, was Sie eigentlich machen müssen. Ich bin kein Verkäufer, ich kann keine fremden Menschen ansprechen, ich habe nicht das Geld, um mir die gesamte Palette zuzulegen und sie weiter zu verkaufen. Ich habe nicht mal die Fähigkeiten, irgendwas zu verkaufen. Bitte vergessen Sie diese altmodischen Methoden der Vermarktung. Wir sind keine blutsaugenden Anzugträger und ich wette mit Ihnen, um eine Palette der Produkte, dass bei unserer Arbeit nicht einmal das Wort Verkaufen vorkommt. Also, was müssen Sie nun effektiv machen? Erstens, Sie probieren die Produkte aus. Sie sammeln Erfahrungen und spüren die Kraft der Produkte an Ihnen selbst. Ein besseres Urteil kann man gar nicht fällen. Zweitens, Sie würden sowieso Ihren Freunden und Bekannten von etwas erzählen, das Ihnen gut getan hat. Hier machen Sie nichts anderes. Sie erzählen Ihren Freunden von der Erfahrung, die Sie gemacht haben und lassen Sie an etwas Besonderem teilhaben. Ja, Sie müssen nicht an fremden Türen klopfen. Drittens, wenn Ihre Freunde das Ganze mal probieren wollen, lassen Sie sie einfach über Ihre Website bestellen, die Sie bei Ihrer Registrierung bekommen haben. Sie müssen nichts auf Lager haben. Sie müssen keinen Lagerverkauf machen und irgendwas einkaufen und teurer verkaufen. Das alles funktioniert nur über einen Empfehlungslink und mittlerweile benutzt eigentlich fast jedes Unternehmen auf der Welt einen Empfehlungslink, um neue Kunden zu kriegen. Beispiel, bei uns im Fitnessstudio gibt es Gutscheine. Wenn sich eine Person daraufhin bei uns anmeldet, bekommt die Person, die den Gutschein verschenkt hat, 50 Euro in bar. Das ist nichts anderes. Nur bei uns verdienen Sie eben noch weiter mit, wenn weiterer Umsatz für das Unternehmen entwickelt wird. Und wenn Sie dann Ihren Freunden das Ganze erzählt haben, sagen Sie Ihren Freunden einfach ebenfalls, dass es dieses Freunde-Empfehlen-Freunde-System gibt. Oder noch einfacher, schicken Sie einfach dieses Video weiter. Was? Kein Verkauf? Habe ich denn zu viel versprochen? Ihre Unterstützung. Was bieten wir Ihnen in unserem Team, wenn Sie sich dazu entscheiden, zu uns zu kommen? Bei uns geht es nicht einfach nur darum, sich anzumelden und dann sind Sie eine Zahl in einem System. Wir bieten einen Mehrwert. Wir sind ein deutsches Team. Wir sind das erfolgreichste Team in der EU. Sonst wäre nicht bereits ein Millionenumsatz dieses Jahr entstanden. Außerdem Englisch, Russisch, Polnisch, Spanisch und vieles mehr. Wir haben ein Profi-Online-Werbesystem. Es ist fix und fertig. Sie müssen sich nur noch anmelden, kriegen es kostenlos zur Verfügung und das Ganze arbeitet von selbst. Wir haben regionale Stammtische und Live-Webinare, an denen Sie und Ihre Interessenten teilnehmen können. Wir bieten 2 zu 1 Gespräche an. Falls Sie jemanden haben, der Fragen hat und Sie aber nicht diese Fragen beantworten können, dann können Sie die Macht von jemandem nutzen, der das Ganze schon länger macht. Außerdem Facebook, WhatsApp, Skype-Gruppen mit Erfahrungsberichten und persönlichem Austausch. Persönlicher Kontakt. Wir sind kein anonymes Klick-mich-reich-Geschäft, sondern ein Mensch-zu-Mensch-Geschäft. Wir bauen auf Beziehungen. Sie müssen das Rad nicht neu erfinden. Sie kriegen von uns ein schlüsselfertiges Konzept. Sie brauchen noch nicht mal einen Schlüssel. Kein Recherchieren. Keine langen Lernphasen. Einfach loslegen und Erfolg haben. Regelmäßige Online-Trainings mit den erfolgreichsten Partnern bei Live-Farm. Außerdem rund um die Uhr Kontakt zum Team. Jeder kann mit diesem System arbeiten. Es gibt keine Anforderungen. Es ist die perfekte Duplikation unserer Arbeit und der Aufbau eines stetig wiederkehrenden Einkommens. Egal für was Sie sich entscheiden, es gilt immer. Keine weiteren Verpflichtungen. 60 Tage das Pro-Back-Office gratis. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie für Kunden. Verdienst schon ab dem ersten Partner. Sie erhalten einen sofortigen eigenen Werbelink bei Ihrer Registrierung, den Sie dann weiter verschicken können. 100% Unterstützung durch unser Team und 100% bewährtes System zum Arbeiten. Drei Gründe für die Mitarbeit. Sie haben die Gelegenheit, die besten Produkte, die heute am Markt sind, zu Herstellerpreisen zu kaufen. Sie haben alle Vorteile von Selbstständigen ohne die Risiken und die Möglichkeit, ihr Leben in Freiheit zu leben und nie wieder finanzielle Sorgen haben zu müssen. Eine kurze Zusammenfassung. Die Firma ist stabil, international und expansiv. Es ist ein geniales Timing, um einzusteigen, weil der Markt in Europa noch komplett frisch ist. Die Produkte sind bezahlbar, einzigartig und patentiert. Es ist ein Trendmarkt und wir haben Kunden, die jeden Monat nachkaufen. Der Bezahlplan ist einzigartig, duplizierbar und lukrativ. Sie verdienen bereits ab dem ersten Partner. Was werden Sie als nächstes tun? Wenn Sie heute aufgeben, werden Sie niemals wissen, ob Sie es morgen geschafft hätten. Noch eine kleine Geschichte zum Abschluss. Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, hat vor neun Jahren fünf Personen in sein Zimmer in Harvard eingeladen, um eine Geschäftsmöglichkeit zu besprechen. Von diesen fünf Leuten sind nur zwei vorbeigekommen und diese beiden sind jetzt Milliardäre. Nichts ist teurer als eine verschlossene Einstellung und eine verpasste Möglichkeit. Ein, ich überlege es mir, kann sie einen Haufen Geld und Zeit kosten. Jetzt jedoch Maßnahmen zu ergreifen, kann ihnen eine Menge einbringen. Es ist Ihre Wahl, Ihr Leben und Ihre Entscheidung, die Sie heute treffen werden. Verdienen Sie mit Ihren Freunden zusammen Geld und fangen Sie an, das Leben Ihrer Träume zu leben. Melden Sie sich bei der Person, die in dieses Video geschickt hat und klären Sie die nächsten Schritte ab. Falls Sie Fragen haben zu den einzelnen Produkten oder dem Verdienstplan, scheuen Sie sich bitte nicht die Person zu fragen, die Ihnen dieses Video geschickt hat. Und sollten Sie das Video rein zufällig gefunden haben, bitte schreiben Sie mir eine kurze Nachricht. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Video anzugucken. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wer weiß, vielleicht arbeiten wir in Zukunft ja sogar zusammen.